heute möchte ich euch kurz unsere seite zeigen wo ihr unsere tutorials findet bzw guides und zwar den link werde ich euch in der video beschreibung verlinken einfach anklicken dann gelangt ihr auf unsere seite und dort findet ihr oben links findet ihr videos einmal draufklicken und dann steht auch schon video tutorials und ihr könnt euch dann immer zu den verschiedenen themen könnt ihr euch die videos angucken ansonsten könnt ihr noch auf unsere discord server kommen da sind auch noch paar tutorials da müsst ihr einfach den channel tutorial guides anklicken und dort findet ihr so viele links zu verschiedenen themen ich würde euch einfach bitten auf unseren disco server zu kommen und liebe dort zu lassen natürlich könnt ihr uns dort auch fragen stellen wir wollen euch die fragen möglichst gut beantworten und ansonsten habt spaß auf unserer seite und bis bald